Okay. Ich zeig euch, was los ist. Die Russen sind überall. Wir haben den Stützpunkt verloren und wurden in die Altstadt zurückgedrängt. Wir brauchen einen Transport nach Westen. Wo ist der befehlshabende Offizier? In der Altstadt natürlich. Ist ein Kilometer östlich. Orientiert euch an der blauen Kuppel und sucht Major Greenland. Könnt ihr gar nicht verfehlen. Hey, kontaktiert Greenland und gebt ihr Bescheid. Jawohl, Sir. Ist das der beste Weg? Absolut. Habt ihr noch was im Wagen, das die Russen nicht in die Finger kriegen sollen? Nichts außer jede Menge Dreck. Wrecker, stimmt's? Molina's Hotpockets. Der Laden meines Vaters. Das beste Hühnchen der Stadt. Musst du mal mit deinem Squad hingehen? Mh, wenn das Ganze hier vorbei ist, gehen wir mal ordentlich footy footy machen. Das beste Hühnchen der Stadt. Mann, hab ich Hunger. Verdammt viele Feinde auf dem Weg in die Altstadt. Klingel ist schon gebacken. Gehen wir durch. Wir werden uns schon nicht sehen. Auf dem Dach und ich hab wieder nichts schallgedämpftes. Toll, ich hab Granaten. So wirklich gut ausgerüstet bin ich nicht. Nicht Pistole, aber das geht schon. Lass mich nur hier an den Gadgets fummeln, denn ich muss irgendwie die Panzer bald ausschalten. So. Hm, den Sprengstoff nehmen wir mit und wir nehmen die Mine mit. Perfekt. Und Waffen gehen wir natürlich auch direkt wechseln. Okay. Ähm, wir haben ja nur die Waffe freigeschaltet, meine ich. Ah, das war eine MP. Die kann ich nicht wirklich gebrauchen. Wir müssen auf das Sturmgewehr gehen. Obwohl Karabiner wäre doch gar nicht mal so schlecht. Die AUG-3 habe ich auch bekommen. Die könnten wir mal testen. Hm, Karabiner oder Sturmgewehr? Was ist stärker? Ich gehe mal vom Sturmgewehr aus. Kann mich gar nicht entscheiden. Nehmen wir mal die AUG. Sekundärwaffe natürlich die Sniper. Präzision ist hier viel höher. Ne, das ist meine Go-To-Sniper auf jeden Fall. So, einfach vorrücken. Okay, vielleicht doch nicht so einfach vorrücken, aber wir müssen durchs Tor. Bleibt der hier stehen? Nein, der bleibt nicht stehen. Wenn er dreht, dann schlagen wir zu. Können uns auch einfach mal versuchen, an dem vorbeizuschleichen. Wenn wir ganz links gehen, dürfte das sogar klappen. Ich sehe die. Das ist die AUG. Holy shit. Nope, 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 nope. Eine Wache hätte ich gekonnt. Die zweite sieht uns, wenn wir den niederschnetzeln mit dem Messer. Da ist einer, da ist einer. Wie sieht das dachmäßig aus? Da oben ist keiner. Perfekt. Aber die sehen uns von jeder identlichen Position, wenn wir hier stehen. Euch natürlich nicht, ist klar. Kein Anfall. Das wird in einem riesigen Kampf enden, leider. Noch weiter links kann ich nicht gehen. Shit, ich habe den Typen aus den Augen verloren. Fuck, musstest du schießen? Bevor ich mit dem Messer ankommen konnte. Was, die AUG fühlt sich gar nicht mehr so schlecht an? Oh, oh. Das ist nicht bemannt. Das ist nicht bemannt. Jawohl. Mit der Flagge. Death of Destruction. Pure Zerstörung. Ach, shit. Haben die mich doch noch bekommen. Zu viele. Aber wir machen das gleiche nochmal. Steigen aber aus, wenn wir viel Schaden nehmen. So. Direkt die Ausrüstung schnappen. Aber nicht wieder die AUG. Wir nehmen... Was nehmen wir denn? Das ist eine gute Frage. Hier so eine LMG. Scout. Perfekt. Jetzt noch die Gadgets. Ich jag die in die Luft. Wir gehen wieder links rum. Fluchterraketenwerfer. Wir müssen durch das Tor auf der anderen Seite. Exos unterstützen, Shank. Zu der Information waren korrekt. Welche Infos? Ich hab mich doch. Patrouillierte Masse. In der Luft. Null Problem. Ich müsste aber dieses Ding ausschalten vorher. Wir könnten wieder zu dem Fahrzeug gehen. Boah, auf Distanz nicht so gut. Aber wir müssen jetzt leben. Das ist nur von hinten. Da rennt der die Treppen hoch. Hallo. Kannst du nicht machen. So weit laufen für den einen. Boah, nö, 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 nö. Es gibt eine Massenschlacht. Ich hab mich mal annähert, welche die killt. Oh, der steht perfekt. Eins, zwei. Gute Nacht. Oh. 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 Aus, wo die Enden nicht treffen. Oh, egal. Er tut fair. Ha. Gut rein da. Jetzt den Rest. Boah, die kommen und kommen und kommen. Wie Ameisen. Noch mehr? Immer mehr. Wir rücken weiter vor. Fuck it. So, und hier ist garantiert auch noch Chaos. Ja, sicherlich. So, direkt in die Luft jagen. Ich hab da einen scheiß Scope dahinter gesehen. Oh, shit. Besser mal volle Kanne draufhalten. Okay. Von da hinten eine scheiß Rakete. Das Fahrzeug sieht noch gut aus. Ich meine, so eine Stellung ist noch her, wenn ich ein Stückchen weiter fahre. Ich weiß gar nicht, worauf ich schieße einfach drauf. Fuck, 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 fuck. Okay, die hätten wir auch. Unten sind noch welche. 100 pro. Alles klein schießen. Hallöchen. Und plötzlich hast du keine Deckung mehr. Absolut kein Problem. Warum? Die Stellung muss ausgeschaltet werden. Da, hinter. Ich wusste es. Nur nicht vor uns, sondern hier neben uns. Bronx ist uns sicher. Was ist der Arsch? Ich seh den nicht. Wollen einfach weiter. Die haben wir sowieso unter Beschuss genommen. Wie blöd. Sag ich ja. Die gehen mir auf den Sack. Komm schon. Bitte lasst es die letzte Stellung gewesen sein. Ich werde nicht von meinen Kugeln getroffen, sondern von den Bäumen erschlagen. Einfach nur drauf. Voll. Sieht doch wahnsinnig gut aus. Boah, und wir uns Arbeit erspart da durch. Oh. Raketen hatten wir auch. Ich hoffe, die rücken nach, weil ich seh die da überhaupt nicht. Nein, die sitzen alle drin. Gar nicht gemerkt. Können ruhig mal mitschießen. Boah, du willst eine Rakete. Moment. Ja, lass mich erst mal hier ausrichten. Nett, oder? Vielleicht müssen wir zu Fuß weiter, leider. Aber wir haben einen großen Fortschritt erreicht. Ich würde sagen, das war perfekt. Stürmen wir erst mal weiter vor. Erst nur ein Stückchen müssen die Altstadt. Immer zwei Schüsse. Wollen wir jemanden mal ein Köpfchen mal hier so sehen? Hier. Trefft mich sowieso nicht. Jetzt will ich eure Köpfe sehen. Dann sie treffe ich. Ich kriege gar nichts mit, gegen wen kämpfen die denn? Wow. Wow, duckt sich ruhig. Muss ich mir merken, Arschschüsse töten mich. Das ist total blöd. Ich meine Lieblingswaffe, aber die würde es tun. What the hell? Auf den Dach. Komm schon, du Scheiß-Panzer. Oh. Immer noch nicht platt. Ich finde, dass er das Haus hier zum Einsturz bringt. Ja, voll. Einfach nur FD unter Beschuss nehmen. Alter, da sind viele. Wir müssen das Ding weiter nutzen. Ja, voll. Mehrfach-Killbock. Wie war denn dein Haus? Jetzt wird's brenzlig. Jawohl. Das ganze Haus. Das hat sich nur nicht eingestürzt. Wie war denn sie nicht? Ausd chemotherapy. Gal Vater, das war jeder kriege. Ja, den Eisen für den Ort. Wie war denn die Rägen. Werden einen Arschchício. Wie war denn zu viele, man kannψ��ssche. Der состав calibern. Leуска. Cybertyeland war eine Attache. Die Dägener kann also rein dulzc complaints. Ich bin. Wenn sie meine am nämlich. Vielen Dank.